Applaus Entschuldigung, ich möchte nicht unverschämt sein, aber darf ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen? Ins Hotel? Sie haben mich missverstanden. Ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kaffee mit mir trinken. Wie bitte? Ins Hotel? Entschuldigen Sie, dass ich Sie da eben in eine etwas peinliche Situation gebracht habe, aber ich bin Soziologiestudentin und ich wollte das Verhalten der bürgerlichen Leute hier testen. Was denn? 150 Mark? Applaus